hallo meine lieben hier ist christiane vom sternenklaren kartenlegen für euch mit der tageskarte die heutige tageskarte das ist erzengel michael und er sagt dir mit dieser karte dass dein zuhause von engeln geschützt wird er möchte dich daran erinnern dass du immer deine situation selbst erschaffst und dass du in der fülle bist und deine miete deine steuern und alles bezahlen können wirst und dass du dir diesbezüglich keine sorgen machen musst der heilige antonius sagt dir als zweite tageskarte du hast es gefunden das heißt wo immer du auch bist und in welcher situation du dich auch befindest dass du dir sicher sein kannst und darfst dass du da wo du jetzt gerade bist schon auf der richtigen stelle und mit den richtigen menschen und an der richtigen seite sein wirst du machst dort die erfahrung die jetzt gerade für dich richtig und wichtig ist also nimm das an geh in deine eigene fülle und sage dir ich bin jetzt immer mit den richtigen menschen am richtigen ort und zur richtigen zeit alles liebe ich freue mich dich bei sternenklar beraten zu dürfen sein gegrüßt christianer